Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für gefüllte Leinsamenkekse. Leinsamen, eine seltene und meist nur für Müsli oder Brot verwendete wertvolle Zutat. Als leckere gefüllte Leinsamenkekse kommen die kleinen braunen Samen einmal als mit Ahornsirup gefüllte, süße Verführung auf den Tisch. Für ca. 40 Stück werden folgende Zutaten benötigt. Teig 250 Gramm Weizenmehl, Type 405 160 Gramm eiskalte Butter, ersatzweise Margarine 120 Gramm Staubzucker Mark von einer Vanilleschote, ersatzweise 1 pkg Vanillezucker Zitronenabrieb von 1 unbehandelten Bio-Zitrone Prise Salz Füllung 150 Gramm guten Ahornsirup Weitere Zutaten 1 Ei Klasse Large 1 Esslöffel Wasser 100 Gramm Leinsamen Folgende Utensilien werden benötigt Küchenwaage Küchenmaschine oder Handrührer mit Knethaken mit Schlagkessel Frischhaltefolie Frischhaltefolie Küchenreibe Schneidebrett Messer Küchenpinsel Schüssel Schneebesen 3 Backbleche ausgelegt mit Backpapier Backgitter Das Mehl abwiegen und sieben Die Butter in kleine Stücke schneiden Von der Zitrone die Schale abreiben Das Vanillemark aus der Vanilleschote kratzen Vorbereitung Das Mehl abwiegen und sieben Die Butter in kleine Stücke schneiden Von der Zitrone die Schale abreiben Das Vanillemark aus der Vanilleschote kratzen Teig Das Gesiebte mit dem Staubzucker, dem Mark der Vanilleschote, Zitronenabrieb sowie etwas Salz vermengen In die Mitte eine kleine Mulde drücken Die Butter auf dem Mehl verteilen Zügig zu einem glatten Mürbeteig verkneten Den Teig dritteln und daraus jeweils eine Rolle mit etwa 2 cm Durchmesser formen Die Rollen in Frischhaltefolie eingewickelt für mindestens eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen Siehe auch einen Mürbeteig herstellen Zubereitung Vorbereitung Das Mehl abwiegen und sieben Die Butter in kleine Stücke schneiden Von der Zitrone die Schale abreiben Das Vanillemark aus der Vanilleschote kratzen Teig